Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Folds, was einfach ein kleines Origami-Spiel ist. Könnte man so sehen. Also das heißt, könnte man so sehen. Es ist einfach so. Okay, Soundoptions möchte ich gern drin behalten. Dann falten wir doch mal. Oh, uah, nicht scrollen. Offenbar habe ich hier auch noch einen älteren Spielstand. Na, wir fangen einfach mal vorne an. An Introduction. Play. Perfection. Fantastisch. Das ist wirklich so ein... Oh mein Gott, ich muss ein bisschen Zeit totschlagen und dabei nichts Aufregendes machen spiele. Ach ja. Ah, diese Entspannung. So, jetzt wird es schon interessanter. Ich habe übrigens keine Ahnung, ob das Sinn macht, was ich hier gerade tue. Aber ich mache es einfach mal. Sieht ganz gut aus, oder? Er hat übrigens auch nur eine bestimmte Anzahl an Moves. Das sieht man unten. Ja, passt, ne? 100% Bitches. Wait, what? Na, okay. Das ist einfach. Dann einfach entsprechend die Ecken. Auch das ist relativ einfach. Wir gehen mal ein bisschen weiter. Den Kleider habe ich zum Beispiel noch nicht gemacht. Vielleicht habe ich ihn noch einfach nicht geschafft, oder ich habe aufgehört. Ich bin mir nicht sicher. Das macht nämlich schon... Also, es macht schon noch Spaß, aber es ist schon so... Oh Gott, und das soll ich mit drei Moves hinkriegen? For reals? The fuck am I supposed to do that? Sieht nicht so gut aus. Nee, aber das ist es auch nicht. Yeah. Irgendwie nicht so. Da wird hier drüben ja auch überhaupt nichts draus. Ich glaube, da ist der erste Move einfach schon falsch. Das sieht super aus. So wird das garantiert was. Hey! Alter, ich bin in sowas, aber auch ein ziemlicher Krüppel, muss ich sagen. Nee. Nee. Auf wie viel Prozent muss ich denn? 80. Hm. Okay. Aber die Grundidee war gar nicht schlecht. Vielleicht muss ich das nur irgendwie ein bisschen mehr übertreiben. Nee, das war total blöd. Also, so ist es, glaube ich, schon mal gar nicht so dumm. Ja, aber das wird, hm, 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 ich glaube, okay. Beim zweiten muss ich mir noch mal was anderes überlegen. Das macht's irgendwie alles nicht besser. Das macht's irgendwie alles nicht besser. Das sieht im ersten Moment sinnlos aus, vielleicht ist es das auch. In manchen Leveln macht das aber erschreckend viel Sinn. in diesem aber vermutlich nicht. Nein. Nein. Einfach nein. Nichts. Ech. Nee. Irgendwie wird das so alles nichts. Ah, Moment! Boom, Bitches! Haha! I'm the 100%! Boah! Eine 4? Like, like really? Hat ich da eigentlich auch schon das nächste Level freigeschaltet? Ja. Wir spielen Short Shorts. Finde ich besser. Hm. Ich glaube, das wird schon nichts. Nee, kann ich total vergessen. Ich habe schon falsch angefangen, glaube ich. Ich glaube, ich muss auch gar nicht so gerade anfangen, sondern eher irgendwie so. Ja, wobei, na ja, vielleicht nicht, aber... Auf jeden Fall kann ich hier mal so anmachen. Kann ich das Ding hier nämlich... Nee, das ist es auch noch nicht. Hm, das ist natürlich auch... Hm, nee. Alter! Ja. Ist doch nur ein bisschen... Wenn man sowas machen muss, sieht man einfach schon, dass es nicht der richtige Move ist. Fertig. Ja. Okay. Ähm. Das sieht total seriös aus. Like... ...not. Aber, hey. Guck mal, sind 100% bedeckt. Ich weiß gar nicht, was die haben. Na, schade. Für 80% reicht es nicht. Hat jemand eine Schere? Hahaha. Ach. Wenn ihr in der Meinung seid, ihr kommt ohne Schere klar. Dann klickt doch einfach den Link unten in der Videobeschreibung. Da kommt ihr zu Folds. Ich... ...falte jetzt, glaube ich, eher meine Steuererklärung oder so. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein, bis zur nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zugucken und... Tschüss!